Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 62.000 US-Dollar, die FED hat die Zinsen um 0,5% gesenkt. Etwas überraschend meiner Meinung nach, beziehungsweise habe ich eher mit 0,25% gerechnet, auch wenn, sage ich mal, 53 oder 57% davon ausgegangen sind, dass es 0,5% sind. Außerdem wurde angekündigt, dass dieses Jahr noch zwei 0,25% Senkungen kommen und nächstes Jahr auch nochmal 100 Basispunkte gesenkt werden soll. Grundsätzlich bullische News, wie das jetzt für den Chart weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall heute genauer anschauen bei Bitcoin, bei Ethereum und natürlich auch bei unseren anderen Trades, die alle offen sind. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung und wenn ihr das ganze traden wollt, was wir hier besprechen, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 62.000 US-Dollar. Wir hatten gestern ersten leichten Dump und mit leichten Dump meine ich, es ging in Richtung 59.100 US-Dollar. Daraufhin aber dann heute Nacht bzw. heute Morgen ein Pump bis auf 62.600 US-Dollar. Damit haben wir unsere Supply Zone, also unseren Widerstand hier oben, erst einmal nach oben hin durchbrochen. Wir hatten noch keinen Close darüber, ist noch nicht wirklich ultra-bullish, muss man hier ehrlicherweise dazu sagen, passt aber weiterhin so zu unserem Plan, den wir gestern oder die letzten Tage aufgestellt haben, dass wir die Liquidität hier oben holen und dann erst einmal noch einen leichten Abverkauf nach unten hin sehen. Grundsätzlich sind natürlich diese Zinssenkungen jetzt erst einmal bullish. Die Frage ist nun, das hatte ich auch beim Livestream am Dienstag mit Kevin, also KSNC, wie schnell fließt überhaupt neues Kapital in den Markt? Grundsätzlich ist es natürlich bullish, dass die Zinsen weniger werden, man kommt billiger an frischeres Geld, aber es ist ja jetzt schon abzusehen, dass die Zinsen noch rapider fallen werden. Also warum jetzt unbedingt Kohle nehmen, wenn man die auch im Endeffekt in drei bis sechs Monaten dann nehmen kann zu noch weniger Zinsen und sowas. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein jetzt erst einmal, was das für Auswirkungen hat. Grundsätzlich ist es mal gut, wir sind in einer Trendwende angekommen. Für mich ist das aber auch irgendwie so ein bisschen der Startschuss. Ich habe es gestern in der Telegram-Gruppe glaube ich mal dazu geschrieben, ein Jahr plus drei Monate rum und dann ist für mich Bullrun Ende. Wenn jetzt die Zinsen in dem Maß gesenkt werden, beziehungsweise noch schneller gesenkt werden, als es vorgenommen wird zum Beispiel, umso schneller haben wir mehr Kapital im Markt und umso schneller wird wahrscheinlich auch die Inflation wieder steigen, obwohl die Inflationsdaten sowieso getürkt sind. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man alles ein bisschen positiv und negativ sehen. Für den Chart hat es erstmal keine wirklichen Auswirkungen. Es gab nicht diesen erhofften mega bullischen Pump oder die Trendwende. Wichtig ist erst einmal, wie wir oben reagieren. Ich bleibe noch ein bisschen in Seitenlinie. Ich will, dass sich der ganze Chart jetzt erstmal ein bisschen einpendelt und die News, die gestern kam jetzt erstmal in den Markteinpreis, beziehungsweise da erstmal seine Liquidität rauszieht. Momentan bin ich weiterhin eher davon überzeugt, dass wir nochmal einen Dump sehen in Richtung 58.000 US-Dollar oder sogar noch tiefer. Wird sich dann zeigen, RSI relativ hoch. Volumentechnisch hat sich jetzt auch nicht wirklich viel getan. Wir schauen uns das mal auf einen 1-Stunden-Timeframe an, das sehen wir auch. Volumentechnisch gibt es jetzt da nicht wirklich diese großen Ausreißer in den letzten Stunden, trotz bullischer News. Also kann noch zu einem Selden-News-Event im Laufe des Tages werden. Deswegen bleibe ich erstmal noch Seitenlinie. Short für mich auch tabu. Also wer Short machen will, wäre jetzt wahrscheinlich so eine gute Möglichkeit. Aber ich würde es ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Ich würde auch auf eine richtige Chance warten und dann eher in Richtung 58.000 US-Dollar dann mit einer kleinen Long-Position schielen. Ansonsten, wie gesagt, hat sich wenig getan. Wir sind weiterhin eher in so einem kleineren Aufwärtstrend. Wie gesagt, wir haben aber auch auf den 1-Stunden- und 4-Stunden-Timeframe die Divergenzen. Wir haben ein höheres Hoch, wir haben ein tieferes Hoch im RSI. Also die Divergenzen sind da und spricht dann eher für einen kleineren Dump am heutigen Tag. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Da hat sich ehrlich gesagt gar nichts getan. Also ich warte weiterhin hier unten auf unsere Zielmarke von 2060 bzw. 2100 US-Dollar. Aber auch hier natürlich erst einmal eine kleinere Erholung. Aber es ist jetzt nicht wirklich, wo ich sagen würde, okay, extrem bullish. Deswegen bleiben wir erstmal so bei der Strategie vielleicht, dass wir vielleicht noch hier hochkommen zwischen 2480 und dann möglicherweise unseren Dump in Richtung 2100 US-Dollar sehen. Also auch hier keine signifikanten Änderungen im Chart, die jetzt weltbewegend sind. Also die News gestern waren ja zum großen Teil eingepreist, obwohl ich wie gesagt mit 0,5 nicht gerechnet habe. Aber gut, ist so. Schauen wir mal, was der heutige Tag noch so bringt. Aber für mich jetzt erstmal Krypto weiterhin Seitenlinie und die Altcoins jetzt auch nicht wirklich mit dieser Mega-Performance momentan. Wir schauen mal ganz kurz auf die Bitcoin-Dominance. Die liegt bei 58,36. Minimal gefallen, ist aber trotzdem immer noch keine Altcoin-Season, Leute. Also vorsichtig sein. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Da haben wir gestern ein bisschen Schwein gehabt. Ich habe es gestern in die Telegram-Gruppe noch dazu geschrieben. Erst dieser Pump bei den News dann bis auf 2600 US-Dollar. Neues All-Time-High erreicht. Bearish der Virgins und dann ging es ordentlich nach unten. Bis auf 2546 US-Dollar. Perfekt hat für unseren ersten Take-Profit gereicht. Also hier läuft die Short-Position perfekt. Ersten Take-Profit erreicht. Plus wir haben dann auch noch Stop-Loss-Entry jetzt gemacht und warten jetzt erstmal ab. Sollten wir hier eine größere Korrektur sehen und normalerweise, das ist jetzt auch nur so ein Gedankengang, sollten die Zinsen weiterhin fallen, haben wir natürlich eher wieder eine Tendenz zu Risk-On-Assets. Das heißt auch Kryptowährungen, Aktien etc. pp. Und Gold würde dann meiner Meinung nach früher oder später weiter sinken. Wir haben noch unsere Long-Position offen. Die bleibt doch ehrlich gesagt noch offen. Und wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab, was sich hier tut. Aber das hier, die Position ist jetzt erstmal abgesichert. Und wir warten jetzt erstmal ab. So, dann gehen wir noch rüber zum DAX. Was hat sich da getan? Wir tendieren hier weiterhin beim Niemandsland. Also hier unsere Short-Position wurde verdoppelt. Long-Position läuft noch. Noch keine richtige Aussage hier momentan. Also da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie der Markt hier die News aufnimmt. Aber auch hier keine signifikante Bewegung. Wir haben die Ineffizienz gefüllt. Das war sehr, sehr wichtig. Ich bleibe auch hier dabei, dass wir hier immer noch die Chance haben, einen größeren Dump zu sehen. Es wäre auch meiner Meinung nach immer noch die beste Entscheidung, einen größeren Dump einfach zu sehen, gesamtmarktlich. Um nochmal wirklich alles aus dem Markt zu spülen und dann mit noch niedrigeren Zinsen wirklich den Markt bis zum Unermesslichen zu pumpen, bevor dann die nächste Inflationswelle möglicherweise startet. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ja, Euro gegenüber US-Dollar hat, ja, wer hier die Verdopplung mitgenommen hat, ersten Take-Profit auch erreicht. Also auch hier läuft es perfekt. Der WIG war ordentlich gestern, muss man dazu sagen. Aber wird wahrscheinlich früher oder später auch noch geholt werden. Aber auch hier die Verdopplung geklappt. Long-Position hat jetzt alle drei Take-Profits abgeholt. Hier warte ich jetzt erstmal noch ein bisschen, was sich jetzt so im Laufe des Tages tut. Vielleicht auch erst zum Beginn der neuen Woche dann, weil wir jetzt hier erstmal im Golden Pocket waren sollten. Wir jetzt im Laufe des Tages doch nochmal hier runterkommen in das Golden Pocket. Werden wir unsere Long-Position noch verdoppeln und dann, ja, die Long einfach wieder mitnehmen. Short-Position, wie gesagt, ist verdoppelt. Hier oben dann müssen wir jetzt auch erstmal warten, was sich da noch tut. Gut, also die Trades laufen. Zwei Gold-Positionen, zwei DAX-Positionen, zwei Euro-Positionen. Bitcoin, wie gesagt, halte ich mich immer noch ein bisschen hier raus. Ansonsten, last but not least, den vergesse ich immer gerne, war der GPP-US-Dollar-Trade. Den schauen wir uns noch ganz kurz an. Hat sich aber momentan auch nicht wirklich was getan. Deswegen, ja, warten wir ab, was sich so tut. Gut, das war jetzt mal so ein kurzes, knackiges Update. Lasst euch jetzt nicht verführen, nur weil die Zinsen gesenkt werden, dass wir jetzt hier to the moon gehen. Es sind grundsätzlich bullische Zeichen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es hat sich noch nicht wirklich viel getan und die Zinsen sind nur um 0,5%. Wir sind von 5,25% da oben auf zwischen 4,5 und 4,75 gefallen. Also es tut sich langsam was. Wir sind in der EU schon bei 3,5%, aber es ist noch ein langer Weg, bis die Zinsen wieder da sind, wo man dann wirklich vom billigen Geld dann erst einmal sprechen kann. Aber positive Aussichten. Ich glaube, das Jahr 2025 wird bullisch trotzdem. Ich hoffe immer noch auf so einen letzten Crash, um nochmal billig einzukaufen. Und jetzt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Sagt ihr, okay, Bullrun startet jetzt oder sehen wir nochmal eine Korrektur. Schreibt es unten in die Kommentare rein und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns morgen wieder und ansonsten, ja, lasst es euch gut gehen. Liked da, lasst ein Abo da, lasst ein Telegram-Gruppe join. Bis morgen. Ciao, ciao und wie immer, stay quick.